Aloha, lieber Löwe! Ich begrüße Dich hier recht herzlich zu Deiner Monatslegung für den Oktober. Und wenn Du den Löwe in Deinem Sonnen-, Mond-, Venus- oder auch Aszendenzzeichen hast, bist Du hier vollkommen richtig und dann lade ich Dich recht herzlich ein, jetzt einfach dran zu bleiben. Yes, hello Löwe! Schön, dass Du dran geblieben bist. Ich begrüße Dich hier recht herzlich zu Deiner Monatslegung für den Oktober und möchte mich auch recht herzlich bei Dir bedanken für die vielen Aufrufzahlen meiner letzten Monatslegung, dem September. Und wie Du siehst, habe ich hier auch schon die drei Kartendecks vorbereitet, mit denen ich hier heute legen möchte. Die genaue Beschreibung der Karten als auch die Verlinkung zu den Verlegen findest Du wie immer in der Infobox. So auch weitere Informationen über meinen Kanal. Gut, ich werde jetzt hier mit diesen Orakelkarten live für Dich noch eine Karte springen lassen und werde jetzt aber hier nach meiner Karoart erstmal mit den Lenny als auch mit den Tarotkarten hier ein großes Blatt für Dich ausbreiten. Und wenn es Dich interessiert, dann bleib jetzt einfach dran. Hex, hex! So, lieber Löwe, wie Du siehst, habe ich jetzt hier das große Blatt schon für Dich ausgebreitet. Und jetzt möchte ich auch gerne hier für Dich noch eine Orakelkarte springen lassen, um einmal zu gucken, was begleitet Dich denn in Deiner Grundenergie durch den Oktober? Um was geht es hier denn für die Löwegeborenen? Ja, nein, das sind viel zu viele. Guck, das sind drei Karten, das geht leider nicht. Das ist too much. Eine Karte, zwei maximal. Aber am besten wäre eine. So, für den Löwe. Und da haben wir sie. Eine Karte. So, und wow, wir haben hier den Schatz der Erinnerung. Ja, lieber Löwe, diese Karte spricht davon, dass Du im Oktober vermehrt mit Deinen Gedanken hier in Erinnerungen schwelgen wirst. Ich nehme Dich hier auch so ein bisschen nostalgisch wahr. Das habe ich auch hier schon in dem großen Blatt hier gesehen. Ich sehe hier, dass Du in Deinen Erinnerungen einen Menschen trägst. Und es ist auch gut möglich, dass Du den Menschen in Deinem näheren Umfeld hier gar nicht wirklich mitteilst, dass Du hier öfter an einen speziellen Menschen denkst. Und es gibt hier ein paar Abenteuer oder Erfahrungen, die Du mit diesem Menschen hier geteilt hast. Und ich sehe, dass Du eben auch natürlich daran noch festhältst und eben auch hier, wie gesagt, in Gedanken schwelgst. Und dieser Mensch ist Dir hier auch sehr, sehr wichtig. Es ist aber auch gut möglich, dass Du weißt, dass es zu Diskussionen führt, wenn Du eben anderen in Deinem Umfeld mitteilst, dass Du eben hier an jemanden ständig denken musst. Du weißt auch hier sozusagen, dass es jemanden verletzen könnte, wenn Du ihr oder ihm genau dies mitteilen würdest. Und für diejenigen, für die das hier kein Mensch ist, ist es auch hier gut möglich, dass Du an viele schöne Umstände denkst oder Erfahrungen, die Du so im Jahr 2024 gesammelt hast. Ich nehme hier jetzt nichts wahr, was über ein Jahr groß her ist, sondern das ist schon alles noch recht zeitnah. Aber die Erinnerung ist auch schon etwas verplasst. Aber dennoch lässt Du diese eben auch immer wieder aufleben, eben durch Deine Gedankenkraft. In Deinem weiteren Outcome, lieber Löwe, haben wir hier die sieben der Münzen. Und wir haben hier im Übrigen auch wieder die 18. Vielleicht spielt die 18 für Dich eine wichtige Rolle. Oder eben auch die Zahl 9 kann hier auch für Dich ausschlaggebend sein. Jedenfalls haben wir hier noch den Hund. Und der Hund steht ja häufig im Lennoment für Freundschaften, für Themen wie Vertrauen, Loyalität und auch Selbstvertrauen zu sich selbst. Vielleicht hast Du aber auch natürlich wirklich ein Thema mit Tieren. Vielleicht bist Du unfassbar Hundevernaht, zum Beispiel so wie ich. Oder Du denkst eben hier auch sehr häufig darüber nach, wie Du Dein Selbstvertrauen hier im Oktober zum Beispiel auch noch weiter stärken kannst. Und auch wie Deine Verbindungen sozusagen aufgestellt sind. Also da spielt für Dich das Thema Loyalität und Vertrauen definitiv im Oktober eine sehr wichtige Rolle. Ja, und jetzt nochmal hier zu dieser Karte zu kommen und deswegen habe ich auch am Anfang so erstaunt wow gesagt, weil wir, ihr wisst ja, dass wir am 2. Oktober die Sonnenfinsternis haben, die wirklich einen sehr, sehr großen Energieschiff für uns alle bringen wird. Und es gibt auch noch weitere planetarische Konstellationen, die in dieser Zeit der Sonnenfinsternis alle dafür sprechen, dass Wunscherfüllungen jetzt wirklich einfach geliefert werden. Vor allem eben auch Anfang Oktober. Deswegen auch hier nochmal die Erinnerung an Dich, lieber Löwe. Wenn Du hier jemanden nicht vergessen kannst, wenn Du hier einen Umstand oder gewisse Erfahrungen hier mit jemanden oder durch jemanden hier nicht vergessen kannst, dann wäre es hier vielleicht auch ganz gut hier aktiv, Dir auch diesen Menschen Dein Leben zu wünschen. Denn Du wirst sehen, dass diese Wunscherfüllung Anfang Oktober wirklich gerade so für jeden reinprasseln wird. Also mach Dir das hier zunutze und es gibt ja auch so einen Spruch, der geht so ähnlich, wenn Du eben ständig an etwas oder an jemanden denken musst und das auch über eine längere Zeit, dann solltest Du Dich eben diesem Mensch oder diesem Umstand eben auch nähern oder widmen. Denn es hat ja einen Grund, warum hier jemand nicht aus Deinen Gedanken geht, beziehungsweise warum Du hier immer wieder auch in Erinnerungen schwelgst. Sehr, sehr schöne Energie, meine Lieben. Und es kann natürlich für Dich auch eine Freundschaft darstellen. Das muss jetzt hier auch keine Liebe sein. Und im Übrigen sagen auch die Sieben der Münzen aus, dass Du hier auch schon sehr viel Geduld bewiesen hast. Vielleicht gibst Du ja hier einem Mensch auch Raum. Oder Du lebst möglicherweise nach dem Motto, wahre Liebe lässt frei. Und Du erwartest hier vielleicht oder vielleicht hast Du nicht mal mehr Erwartungen, weil Du bist hier sehr gesättet und Du hältst es auch ganz leicht. Also es ist nicht so, dass Du jetzt unbedingt sehr festhältst hier an jemanden, aber Du möchtest halt einfach nicht, dass diese Erinnerungen verblassen. Du möchtest vielleicht auch nicht, dass die Verbindung hier sozusagen, also dass man hier so getrennte Wege geht, sondern dass man sich hier eben auch immer wieder in Erinnerung ruft. Vielleicht auch durch Textnachrichten, die ja bei Dir auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Vielleicht aber auch Anrufe oder eben auch einfach, dass man sich eben auch hin und wieder hier mit einem Menschen trifft oder diese Person eben auch an seinem oder ihrem Alltag hier teilnehmen lässt. Okay, ich werde bestimmt nochmal auch auf das Outcome zu sprechen kommen. Jetzt schauen wir uns aber hier mal das große Blatt von Dir an. Du gehst hier in den Oktober mit den Blumen und dem Magier und das ist jetzt so, es sind so die ersten Karten, die Du hier von Dir zeigst und das sagt mir, dass Du auf jeden Fall wahrscheinlich viele Einladungen im Oktober haben wirst. Vielleicht bist Du auch selbst jemand, der hier andere einlädt zu irgendeiner Veranstaltung oder vielleicht auch einfach nur zu einem Abendessen oder zu einem Meeting oder was auch immer. Hier finden definitiv Treffen statt. Die können natürlich auch online stattfinden. Das muss jetzt gar nicht mal unbedingt im realen Leben so sein, also dass man sich face to face sieht. Ich meine, online ist ja auch real, aber eben, ihr wisst, wie ich meine, eben auf elektronischer Ebene sozusagen. Und der Magier verrät hier auch, dass Du in diese Treffen oder in diese Besuche, vielleicht wirst ja auch Du hier von anderen Menschen besucht, von Familienmitgliedern, Freunden oder von wem auch immer, dass Du hier auch durch diese Kontakte erst gespiegelt bekommst, wie sehr Du Dich eben auch innerlich weiterentwickelt hast. Denn ich nehme hier bei Dir sehr starke Transformationsprozesse wahr. Das kann sein, dass Dich das Thema vielleicht sogar mittlerweile ein bisschen langweilt, weil das eben sehr häufig auch in den Karten erscheint und immer wieder auch sozusagen hier Thema finden möchte. Und es ist hier gut möglich, dass eben erst durch dieses Spiegeln von anderen Menschen Du für Dich erkennen kannst, inwieweit Du hier eben zum Beispiel Deine Skills erweitert hast, Du daran gefeilt hast und Dir hier eben etwas ganz Wichtiges über eine Fähigkeit von Dir bewusst wird. Und ich sehe auch, dass diese Fähigkeit vielleicht auch gut in Kommunikation mit anderen zu sein, Deine Freundschaften zu pflegen, mit Deinen Arbeitskollegen gut umzugehen, in Deiner Ehe, in Deiner Partnerschaft hier eben auch sehr viel liebevolle, schöne Momente stattfinden. Und dass das auch etwas ist, was Dich auch weiterhin in Deinem Leben auf jeden Fall auch tragend sozusagen begleiten wird. Und dass Deine Fähigkeit, die Du hier entwickelt hast oder die Du sozusagen, an der Du gefeilt hast, hier auch weiterhin noch für Dich eine große Rolle spielen wird. Denn Du hast hier auch das Buch liegen, was auch sehr häufig schon in anderen Sternzeichenlegungen für den Oktober gefallen ist, was eben auch genau diese Sonnenfinsternis beschreibt. Nämlich, dass Du durch eine sehr starke Wandlungsphase in Deinem Leben gerade gegangen bist im Jahr 2024 und im Oktober sozusagen darüber schon etwas reflektierst. Und durch diese Wunscherfüllung, die auch Dir hier zuteil wird, denn Du hast hier, glaube ich, zwei Asse, oder? War das nicht so? Du hast hier auf jeden Fall das Ass der Münzen und nein, Du hast kein weiteres Ass, aber es gibt hier auf jeden Fall eine Möglichkeit, eine Chance, die Dir hier geboten wird, dass Du durch den Wandel, durch den Du jetzt gelaufen bist, hier mit Deinem neuen Ich, beziehungsweise eben auch mit Deinen neuen Visionen oder Wünschen, die Du hier aufgrund einer erfolgten Wunscherfüllung dann in Deinem Leben manifestieren wirst, dass das eben auch für Dich noch ein neues Kapitel in Deinem Leben öffnet. Also wir alle stehen jetzt ab Anfang Oktober vor neuen Kapiteln. Also wir können hier wirklich unser Leben neu gestalten, neu bestimmen. Das können wir selbstverständlich auch jeden Tag. Dafür braucht es keine unbedingte Sonnenfinsternis. Aber es geht hier eben auch sehr stark um dieses Thema Wunscherfüllung. Deine Visionen, an denen Du hier vielleicht auch schon eine sehr lange Zeit gearbeitet hast, die reifen nun endlich zur Ernte heran sozusagen. Und jetzt im Oktober ist die Zeit der Ernte gekommen und das eben auch mit Sicherheit. Und was ich hier auch noch wahrnehme ist, dass eben durch diese Kontakte, durch die Besuche oder diese erneuten Kontaktaufnahmen hier auch tatsächlich eine gewisse Schwere bei Dir aus Deinem Leben geht. Vielleicht hattest Du auch die ein oder andere schlaflose Nacht oder Du wirst diese auf jeden Fall in der ersten Oktoberwoche haben, weil Du Dir hier vielleicht auch Gedanken darüber machst, dass Dinge in Deinem Leben, die bisher für Dich eine gewisse Stabilität ausgestrahlt haben, hier einfach nicht mehr das sind, worauf Du auch auf längere Sicht bauen kannst. Und das gibt Dir so ein bisschen das Gefühl an mangelnder Sicherheit und auch, dass etwas wie so an Deinem Fundament rüttelt. Aber lieber Löwe, lass Dich hier unbedingt auf das Neue ein und lass auch gerne diese Gefühle in Dir auch einfach da sein. Denn durch die Annahme dieser Gefühle sehe ich hier, kannst Du nämlich viel besser in Deinem Leben agieren. Und ich sehe, dass Du gerade auch in Sachen Beziehungen, ob das jetzt die Liebe ist, Freundschaften oder auch Geschäftsbeziehungen, dass Du hier definitiv hier auch noch eine Entscheidung für Dich zu treffen hast. Hier gibt es etwas, was hier eben Deine Aufmerksamkeit hier verlangt. Und ich sehe, dass dieses Thema etwas ist, was Du auch schon eine längere Zeit von Dir wegstößt oder Du hier zumindest mal mit sieben der Stäbe auch in so einer gewissen Abwehrhaltung dem gegenüberstehst und auch hier vielleicht die einen oder anderen Zweifel hast, möglicherweise eben auch gerade, was die Themen Treue, Loyalität und Freundschaften in Deinem Leben angeht. Es ist hier auch für manche von Euch möglich, dass Du hier an gewissen Menschen zweifelst oder Du dir da überlegst, ob diese Menschen denn wirklich authentisch sich Dir gegenüber zeigen. Und für diejenigen, die damit jetzt gar nichts anfangen können, kann es hier auch gut sein, dass Du selbst Probleme hast, Dich als authentisch momentan zu geben im Oktober, weil Du eben noch so ein bisschen in Deiner alten Welt unterwegs bist, aber Du weißt auch gleichzeitig, dass es momentan wirklich wichtig ist, mit diesen Energien mitzugehen, denn es zieht Dich nämlich mit Deinem anderen Bein schon in die neue Welt. Und das heißt, Du machst hier gerade so ein Spagat in Deinem Leben zwischen Alt und Neu. Und Du bist hier gerade in so einer Übergangsphase und deswegen bist Du hier vielleicht auch ein bisschen skeptisch. Wichtig ist jetzt, lieber Löwe, und jetzt kommt auch Deine Sonnenenergie hier zu tragen, denn die Sonne ist Dein Element, das Element der Aktivität, der männlichen Präsenz, der männlichen majestätischen Haltung hier. Auch wenn Du hier eine Frau bist, ist es natürlich, jeder Mann und jede Frau hat weibliche als auch männliche Anteile zugleich. Und hier ist es gerade für Dich wichtig, dass wenn Du jetzt hier diese an Deinen neuen Fähigkeiten feilst, das kann auch sein, dass Du hier eine Weiterbildung machst, dass Du Dich irgendwie privat oder aber auch geschäftlich hier gerade weiterbildest, weil Du Dir hier ein neues Standbein aufbauen möchtest. Und dann kannst Du das so sehen, Dein neues Standbein ist in Deinem neuen Leben und das alte ist halt noch im alten Leben. Und natürlich ist das eine unangenehme Phase, weil ewig wirst Du diesen Spagat so nicht halten können und es gilt irgendwann eben einfach das andere Bein mitzuziehen. Und es ist jetzt halt die Frage, möchtest Du wieder zurück in dieses alte Leben, möchtest Du Dein altes Ich weiter aufleben lassen oder aber lässt Du Dich hier darauf ein und gehst jetzt hier in die Annahme, indem Du hier auch einen Perspektivwechsel vornimmst und Dein Leben mal aus einer anderen Perspektive betrachtest. Vielleicht hast Du ja Wünsche oder Visionen gehabt in Deinem Leben oder Du hast diese auch noch, wenn Du diese Legung siehst, die sich dann tatsächlich hier bis Mitte Oktober für Dich erfüllen werden. Und nachdem sie sich erfüllt haben, löst es aber in Dir vielleicht ein kurzes Gefühl der Befriedigung aus, aber in dem Moment, wo das schon wieder vorüber ist, merkst Du, dass es dann wie in so eine Art Loch steuert. Also dass Du ins Bodenlose fallen könntest, weil jetzt, wo Du diese Wunscherfüllung sozusagen erlangt hast in Deinem Leben, stellst Du Dich jetzt wieder vor neue Herausforderungen. Du fragst Dich also, wie könnte denn mein Leben jetzt hier weitergehen? Zum Beispiel hast Du jetzt Deinen Abschluss in dieser Weiterbildung dann zum Beispiel bekommen und Du hast es auch bestanden und Du kannst jetzt mit Deinen neuen Skills, mit Deinen Fähigkeiten hier etwas Neues kreieren. Und dafür ist es eben möglicherweise auch in Deinem Leben hier notwendig, dass Du Menschen zurücklässt, dass Du Situationen zurücklässt und Dich eben auch ganz diesem Neuen widmest. Und wenn Dir das Angst macht und ich sehe auch, dass Du hier definitiv innere Konflikte mit Dir hast, vor allem eben auch, lieber Löwe, sehe ich hier, dass Du eben darum bangst, dass es an Deinem Fundament rüttelt. Und ich sage Dir nur, halte hier Deine Gedanken unter Kontrolle, also bleibe positiv ausgerichtet, wisse einfach, dass das Leben sozusagen Dir nur das Beste ermöglichen möchte und dass Deine Gedankenkraft aber auch ausschlaggebend ist dafür, wie sich die Dinge für Dich in der Zukunft weiterentwickeln. Wenn Du sozusagen Dich schon dafür entscheidest, das Neue haben zu wollen, denn damit endet hier nämlich die Oktoberlegung sozusagen für Dich mit dem Kind und mit dem Page der Münzen, der eben auch etwas Neues entdecken will, der eben auch offen ist für neue Werte, für neue Grenzerfahrungen, für neue, ja, halt einfach für neue Werte vor allem, ja, dann kann es natürlich schon sein, dass Dir das Angst macht. Aber um diese Angst sozusagen zu überbrücken und da erst gar nicht in dieses Mangeldenken reinzukommen, was hier auch neben den Ruten liegt mit Fünf der Münzen und diese inneren Konflikte hier gar nicht erst sozusagen in Dir entstehen wollen, dann ist es hier der größte Tipp an Dich und das wird auch das Thema Deiner Sonnenfinsternis hier sein oder Deiner Energie für die Sonnenfinsternis hier eben in die Annahme zu gehen. Nimm an, was das Leben Dir jetzt hier Neues bieten möchte, ja. Und ich kann es auch nicht ausschließen, dass Du hier auch kurzfristig oder sehr spontan hier auch vor allem, wenn Du Single bist, einen neuen Mensch in Dein Leben geschickt bekommst und dieser Mensch könnte auch hier nochmal alte Erinnerungen in Dir wecken. Aber das ist eben dieses alte Ich, was noch in Dir schlummert und wahrscheinlich auch nie ganz weggeht, weil dafür ist es ja auch, das ist ja auch gut und richtig so, denn Du sollst ja auch Deine Erfahrungen in Deinem Herzen tragen und daraus natürlich auch lernen und Dich weiterentwickeln. Aber es ist genauso wichtig, dass Du das eben auch loslässt und hier auch darin vertraust, dass das Leben jetzt etwas ganz Neues, Positives und Aufregendes hier für Dich kreieren möchte, ja. Und vor allem hat diese Chance hier eben auch unbedingt etwas mit der Liebe zu tun. Und ich sehe ja auch mit dem Ast der Münzen, dass das definitiv auch eine Chance ist, die hier in Dein Leben kommt, die auch in der Zukunft eben auch eine Basis hat. Also das ist nichts, was schnell kommt und wieder geht, sondern hier möchte etwas sozusagen neu in Dein Leben integriert werden, was eben auch von Dauer sein wird. Und das wiederum wird Dich hier auch beruhigen, denn Du hast ja hier auch die Störche liegen, die ja auch genauso wie der Gehängte hier unter anderem auch für den Richtungswechsel stehen. Und es ist hier auch gut möglich, dass Du eben genau diese Entscheidung hier für Dich zu treffen hast. Will ich jetzt das neue Ich in meinem Leben kreieren und will jetzt vielleicht auch eine neue Perspektive in meinem Leben leben? Angenommen, für Dich war der größte Traum, dass Du einen Partner hast, der Dich heiratet, dass Ihr zwei Kinder habt und so dieses perfekte Vorstattleben, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt hast Du dieses Leben für Dich kreiert, aber Du merkst jetzt nach einer längeren Zeit, dass es Dich dann doch auf die Dauer auch nicht so glücklich macht. Und es gibt ja noch so viele andere Möglichkeiten, wie wir unser Leben leben können. Und ich sehe auch, dass Du auch Lust hast, Dich hier weiterzuentwickeln. Du hast Lust, hier sozusagen auch Deine neuen Fähigkeiten in dieses neue Leben auch zu integrieren. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass Du hier auch voller Liebe und voller Vertrauen auch in den Kosmos hier einfach weitergehst. Du hast hier auch noch die Wolken und die Sterne in Deinem inneren Bereich hier liegen, mit den Nachrichten, dem Storch und hier auch noch den Tarotkarten, was mir eben auch einfach sagt, dass Du vielleicht auch eine längere Zeit überhaupt nicht mehr daran geglaubt hast, dass sich hier ein Wunsch für Dich erfüllen wird. Und ich sehe auch mit den Mäusen, dass das hier richtig an Dir genagt hat. Und Du gesagt hast, hey, ich habe mir das vor ein, zwei, drei Jahren gewünscht. Und das Leben bringt Dir immer alles zur rechten Zeit. Und auch hier war es dann einfach notwendig, dass es eben diese Zeit gebraucht hat. Denn die letzten Monate oder Jahre, dann sollte das eben noch nicht so für Dich in die Umsetzung gehen. Aber jetzt findet hier eben ein Wandel statt. Auch mit dem Wagen ist hier, finde ich für mich auch, wenn ich das hier so sehe, eine sehr schnelle Energie hier unterwegs. Und auch schnelle Nachrichten. Es wird hier viel ausgetauscht. Es kann auch sein, dass Du ganz spontan Dir irgendwie noch Informationen einholst. Zum Beispiel angenommen, Du würdest jetzt auswandern wollen. Oder Dein Ziel ist, Dich selbstständig zu machen. Dann sprichst Du hier mit Menschen, die da schon Erfahrungen haben, die vielleicht schon dort leben, die vielleicht auch schon in diesem Genre sozusagen tätig sind. Und dadurch speist Du sozusagen Deine Wissenslücken und kannst Dich dann mit einem besseren Gefühl sozusagen auch auf die Zukunft vorbereiten. Also ich sehe, dass der Oktober für Dich sehr transformativ wird. Etwas mit Loslassen und Annehmen zu tun hat. Also sowohl als auch. Aber dass es auch hier ganz wichtig für Dich ist, ist, dass Du Dir auch Informationen holst von Menschen, die wirklich auch eine Ahnung haben. Und dass Du Dich auch nicht zu sehr von den alten Erinnerungen und von den Meinungen von Menschen, die Dir zwar wichtig sind, aber die sozusagen in dem Sinne nichts dazu beitragen können, dass Du Dein nice, geiles Leben Dir erschaffst. Dass Du Dich nicht zu sehr bestimmen lässt, also fremdbestimmen lässt, sondern dass Du in Dich vertraust, in das Leben vertraust und das, was jetzt hier auf Dich zukommt, eben annehmen solltest. Wenn Du hier mit einem Mensch, vielleicht auch mit Deinem Partner hier in starken Konflikten warst und das auch über eine längere Zeit, dann sehe ich hier, dass man hier sozusagen sich entgegenkommt, dass man hier wie so eine Art Friedenspakt schließen wird, um eben auch diese alten Verbindungen oder Beziehungen, die Dir eben auch mal sehr wichtig waren, hier eben auch nicht in einer Unruhe und in einen ungeklärten Modus zurückzulassen, sondern ich sehe, dass Du hier schon auch Frieden und Klärung auch in all Deinen Verbindungen, auch wenn sie vertraglicher Art sind oder eben auch geschäftlicher Art. Du möchtest hier nicht im Hass oder in jemanden im Unklaren zurücklassen, sondern ganz im Gegenteil, Du möchtest hier Klarheit, damit Du dann eben auch mit einem guten Gewissen hier eben auch Deine Zukunft dann auch weiter gestalten kannst. Und dann steht auch all Deinen neuen Plänen, Deinen neuen Visionen, die jetzt hier noch gar nicht wirklich dargestellt sind, die finden dann hier auch auf jeden Fall in Deinem Leben wie so eine Art Integration. Und für einige Löwen kann es auch sein, dass es vor allem bei Dir auch um das Thema Arbeit geht, dass Du hier gerne Veränderungen einleiten möchtest. Und auch da rate ich Dir nur, treffe hier eine Entscheidung für Dich aus Deinem Herzen heraus, schau, welche Menschen in Deinem Leben sind, die Dich dabei unterstützen können. Und diejenigen, die nicht mehr mit Dir so resonieren, die kannst Du auch gut und gerne einfach zurücklassen. Das muss ja nicht heißen, dass Du nie wieder was mit den Menschen oder mit den Umständen zu tun haben musst. Aber es ist eben gerade nicht wirklich förderlich, damit Du hier Dein ganzes Potenzial in Deiner Zukunft für Dich entfalten kannst. Und insofern kann das auch manchmal eine Schwere darstellen, wenn wir zu viel nostalgieren oder zu viele Erinnerungen in uns tragen, die uns eigentlich nur eine Schwere machen, wo wir vielleicht auch so viel einfacher schon weiter vorangehen könnten, wenn wir denn diese Gedankenblockaden oder diese negativen Energien erst gar nicht in uns so viel Raum geben würden. Okay, lieber Löwe, ich hoffe, ich konnte Dir mit dieser sehr speziellen Legung hier weiterhelfen. Wenn dies der Fall ist, freue ich mich sehr, wenn Du mir einfach einen Daumen nach oben dalässt. Und ansonsten wünsche ich Dir einen wundervollen und sehr transformativen Oktober, sodass Du dann eben wirklich Dir Deine Zukunft so nice, geil gestalten kannst, wie Du es Dir erhoffst. Alles, alles Liebe, Namaste.